Hier sehen wir das Hilfenhotel Frankfurt Airport und wir fahren jetzt nach Kelsterbach zu dem Airparks Griesheim ist das in der Lerchenstraße 128 oder 129 hier am Schiff vorbeifahren und ich werde euch dann immer so kurze Links geben wo man abbiegen muss, weil es dann einfacher zu finden Hier werden wir zum Terminal hochfahren und wir fahren bloß geradeaus weiter auf der 43 Nach 800 Metern Ausfahrt B43 Richtung A66 Hofheim Kelsterbach F Schwanheim Höchst Genau und hier vorne müssen wir jetzt rechts abfahren Die Ausfahrt B43 nehmen So Im Straßenverlauf von B43 einen Kilometer folgen Und jetzt hier einen Kilometer weiter So und hier müssen wir jetzt anfangen Ausfahrt Richtung F Stadtmitte Im Streckenverlauf 800 Meter folgen Hier müssen wir geradeaus weiterfahren nicht abbiegen Stadtmitte Höchst Griesheim Hier ist Griesheim und hier unten ist Griesheim Süd der Airparks Der ist direkt hier bei der Ausfahrt Nach 500 Metern weiter auf Schwanheimer Brücke Wir fahren aber geradeaus weiter Hier fahren wir dann langsam ab Hier ist Griesheim Sender Da fahren wir geradeaus vorbei Der Tonmarkt ist hier Nach 300 Metern rechts abbiegen auf in der Schildwacht So und hier an der ersten Ampel biegen wir rechts ab Rechts abbiegen auf in der Schildwacht Und da steht schon das Schild mit Airparks Das sind hier die Airparks Da geht es dann rechts an der ersten Ampel Hier auf der linken Seite Auf der rechten Seite ist der Adler Den sieht man da schon Und da fährt man einfach hinter Das Schild mit der Lärkenstraße Und hier fährt man geradeaus hinter Und hinten an der Straße einfach rechts abfahren Und dann die nächste Straße wieder links hoch Und dann ist man schon da Am Ende von der Straße müssen wir rechts abbiegen Und dann ist man schon in der Lärchenstraße Und direkt bei den Airparks Erde rechts hinter Und dann ist man gleich da Und hier hinten seht ihr schon Links rein 133 Städter Und dann fährt man einfach den Berg gerade hoch Da hinten war eine Da ist eine Das ist bloß guck's gleich Darüber auch eine Ist weg Und hier geht man zum Check-in Hier ist der Check-in Hier ist der Check-in